heißer konzern und dachs aus dass play das letzte mal haben wir uns von unseren hubigkeit überwältigen lassen und dieses mal werden wir unsere ehre zurück erlangen hat sich bescheuert hat ja und zwar habe ich mir vorgenommen vielleicht bei so ein paar von diesen komischen silbergrittern kaputt zu hauen die ja die wollten wir ja auch mal kaputt machen und dann mal schauen super an ja aber ja es ist das mach mal weil ja man hat mir gesagt dass diese doofen doofen geistern so dass das dann noch gar nicht hin müssen zu diesen doofen geistern und sowas also ja wir müssen erst kielack besiegen und das machen wir auch noch aber ich würde erst gerne mal diese doofen bitte der kaputten und ich würde es auch gern jetzt mal versuchen darüber zu hüpfen ich meine jetzt wo eh nicht viel zu verlieren haben und zu 310 da und wir sollten aber die einfachen gegnern teste wie das ist mit dem parieren so die leiche weg so jetzt schauen wir mal okay kein problem easy das machen wir ich habe angst und schau mal ring der opferung coolen ring ja das haben die noch mal macht den wo ich nur okay die könnten wir mal ausrüsten wenn man nur ganz wenige sehen haben ja ich meine wenn wir ganz viele sehen haben nur noch ganz wenig leben und so okay gut dann haben wir zum rücken willkommen der ja ich weiß ja okay der terminus hat mir schon gesagt dass es sich nicht lohnt hier rüber zu hüpfen aber egal so ich wollte natürlich trotzdem machen jetzt wo wir eh nichts zu verlieren hatten und jetzt können wir ja mal schauen wo wo gehe ich jetzt noch mal lang hallo ich weiß dass es hier in der richtung und dienst gab erst mal hier eine ratte hallo ratte dann wenn wir da weitergehen gab es auch irgendwo mal das feuer ist und in der nähe gab es dann auch einen dienst ja ist es denn zum dritte obwohl wenn wir jetzt hier weitergehen wo kamen wir dann noch mal raus es geht einfach ewig lang hey da ist der tipp hast du uns ja da hast du uns immer noch da hat mir jemand erzählt dass wir zu dem sünden tipp müssen da fühlt sich die waffe so stark an und die ist auch gar nicht mal so schlecht nur wir sind einfach nur schlecht wegen quäler oder ich bin schlecht gegen quäler ich will euch da nicht mit rein zieht hier was geht das gab es da hinten hier konnten wir auch rein so viele wege wollen wir da rein ich will dich ja doch die silber oder silber ritter so heißen die glaube ich bekämpfen weil ja das haben wir immer noch nicht gemacht und ich habe ja behauptet ja das machen wir irgendwann passt schon oder der typ der mag uns nicht das ist voll fies warum hast du uns wir haben dich doch nur geschlagen egal egal so du 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 mann warum gibt es jetzt keine musik mir fällt auch was ein wir haben ja mal was so laut war hier die musikleiste gemacht ja so passt vielleicht vielleicht hören wir da bisschen mehr sehr schön so die frage wo es genau lange ging geht so einfach und ja das ist so schlimm wir hier in dem anfangsgebiet einfach jetzt schon so viel sehen haben und da unten weil in der nähe von quäler wir heute einfach nicht an sehen rankommt aber egal hier lang genau das sind auch gleich eigentlich das feuer da müssen dann jeder auch noch so ein silber dritter sein nein einfach tanken die machen eh keinen schaden so behal' dich hey was geht sehr schön ich habe die sachen verkaufen kann für sie sehen 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 können wir hier ausrüstung reparieren natürlich zauberei ja stimmt wir haben jetzt nun feuer war das können wir machen das können wir das wahrscheinlich die haben ja auch noch diese hand da bekommen oder war die hier hier und da können wir dann wahrscheinlich feuer bälle werfen ja aber das ist erst mal nicht so wichtig würde ich sagen oh ja ich habe vergessen wir kommen ja nach da vorne von der seite so ein schlag tot sehr schön so wie es gehört der nervt jetzt bisschen aber hier oben soll wir uns nicht mehr erwischen und dann ist auch gleich diese bitte oder haben wir den schon besiegt glaubt nicht egal wir werden sehen und vielleicht können wir jetzt endlich mal die tür aufmachen natürlich nicht na gut so du da oben ist auch weg der wunderschaft voll abschließen so ein böser mensch nicht mensch was auch immer das ist oder was ich wollte ja jetzt hat der sein schild eingesetzt so ein arsch so kommen schauen komm her ja oh das war gerade am anfang voll schlecht geteilt aber ja was willst du denn komm doch einfach ne ok der braucht mir ein bisschen zu lang aber jetzt müssen wir es nur noch gegen diesen silber dritter da schaffen und dann easy kein problem er ist doch da ok hallo 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 ok so die range ist größer also wartet oh gott gefällt mir nicht ok ok so nicht so schlau hallo ein bisschen verpackt ist er gerade glaube ich uuuh 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 nein neid okay grauer brocken so muss es sein ja wir haben jemand getötet so toll ja es war aber auch noch der einfachste der am wenigsten leben hatte also es ist noch nichts wirklich besonderes oder war das das war glaube ich der erste ja ich sollte wirklich lernen gut zu parieren aber das so doof dazu irgendwie ja gut okay ich habe auch fast nicht probiert also ja aufsteigen machen wir so acht neuntaus jahre okay es braucht ewig es braucht wirklich ewig so dann gehen wir mal hier hoch ich glaube hier war das mit dem drachen da jetzt lang gehen was es da so gibt ach jetzt gibt es wieder zwei da ist der drache der ist noch da 50 10 so einfach ging es kann er da mal abhauen bitte ich würde gern hin er schummelt ich war da nicht und jetzt ist er wieder da so ein cheater ich glaube hier dürfen nicht ich glaube hier dürfen noch nicht hin hier lang ging es ja und da gab es auch noch irgend so ein ritter ich erst mal hier lang weil da gab es noch ein gegner das weiß ich noch zum glück nicht dass der uns verarscht die sind auch noch nicht von hinten das ist das ist schon mal der richtige weg für schwere gegner da kommt doch ja hau 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 böse richten die nächsten ritter den nächsten arschkopf mit seinem mega riesenschwert war das glaube ich müsste aufpassen der tut wie hallo hallo okay ich glaube nicht dass wir hiermit geben in den kämpfen wollen sondern eher hier wo wir ein bisschen mehr platz haben auch jetzt nicht so viel platz ist oder so hallo oh nein was macht er in ruhe verdammt mal der kleine mini abend starke doch so jetzt da kann ich nicht hoch hier war okay ich will da gar nicht hin ich würde gerne was anderes versuchen so irgendwie zum rücken anzukommen so tja aber das nicht gerechnet ja du dreck sack da sollte ich einfach so eine attacke machen die sieht viel zu gefährlich aus und schmerzhaft so jetzt ist er bald tot vernichtet grauer brocken okay war der nächste ja so langsam so langsam wird es so hey du dreck sack oder online zum klang ist die kamera darauf gegangen das hätte ich das nicht gewusst er schietet v hat mit 10.000 erstes wir haben wir das geschafft haben wir haben ja nicht so eine menschlichkeit aufgeopfert aber boom soll das was auch nächstes so langsam wird's oder ich glaube ich hatte hier eine andere taktik ich glaube ich bin hier einfach nur hinter die doofen bogen penner gerannt so er hat er darf sich einfach so angreifen fies nein nein okay was hast du du hast du es bringt wir haben schon eine hallo wir sind so richtig so jetzt aber so in der richtung gab es 10.000 gegner und dann sind wir es bald beim schmied eigentlich oder 10.000 solche gegner gehen wir einfach mal hier lang hier kommt man dann auch viel leichter an sehen ich würde aber auch noch gerne irgendwo leichter an dienstens kommen an die heißen sind kleine scherben ich habe vergessen wo wenn du das ist jemand von haus das ist einfach gefolgt er ist uns einfach gefolgt was soll man diesen arbeit voll easy er würde ich halt auch nichts aus gegen uns die schummel doch er tut mit seinem schild oben angreifen so weg mit dir einfach drauf hatten schon funktionieren wir sind bald wieder beim nächsten feuer und da klappt es dann schon da passt es da kann man ruhig drauf hacken wie wir wollen hallo nein 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 ey du schummelst habt ihr es gesehen es geht gar nicht so du als nächstes mache ich werde immer selbst erwischt ich bin so schlecht so da noch nicht lang erstmal hier kurz zum schmied und hallo sagen so ein bisschen keine ahnung hallo wie geht's so kannst du uns zufälligerweise der op waffe machen nein okay so was in der art schmied ist ein zweiter unten schmied hier einfach so weit weg ist hallo ich weiß doch nicht wann wir die bekommen haben aber da hat ja mal irgendwas gelabert von glut und irgendwie nicht nur voll wie hieß das ausrüstung umwandeln nein nein warte mal das war was anderes egal okay keine ordnung wir brauchen kleine scherben dafür wir haben keine kleine scherben wo gab es kleine scherben gott verdammt warte mal ja 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 kann man die mich bei ihm kaufen ich glaube die könnte man kaufen ich glaube die könnte man kaufen ich habe mal die scherben kaufen nicht so viele ich hoffe einfach vier stück wir können uns auch eine waffe verstärkt jetzt noch mal noch kleine scherbe okay ja kein problem ich habe den perfekten plan und wir schauen kurz wie viel das kostet drei stück davon ja und dann noch ein paar sehen zum das muss er auch verbessern können und da hinten war ja und und dann noch mal und dann gehen wir wieder zurück zu gewählen da müssen wir auch noch wieder zurück hin so kann man da gucken oh ich dachte da kann man was cooles machen das war cool gewesen egal ding ding oh jetzt haben wir den schmied nicht mehr das war so schön als ich den zuerst mal gehört habe das hat bisschen wehgetan so fahrt das können wir die auch man hält ohne probleme ja kein problem und die ritter hier drin der ist auch nicht mehr da okay wie es aussieht gibt sie nicht mehr komm mal her du ich will nur eigentlich kämpfen genau komm her natürlich kommt der nächste angeschissen ich habe nicht gedacht dass es so viel unsere waffe verbessert der ist nicht von der die satz den einen gewonnen hätten die andere nicht na egal das war jetzt nicht wie geplant aber nicht so schlimm so hallo ich muss euch alle nochmal besiegen das wisst ihr oder ihr dumme säcke weil egal oh moment ich kann auch was anderes testen wenn man da irgendwie hochgehen vielleicht folgt uns gern weil da gab es jetzt auch noch irgendwas als ihr darüber geschaut habe irgendwas mit gittern und die tür oder so oder was wurde was alles hier keine ahnung was soll das ist der aufzug ok gehen wir hier hoch moment was mache ich denn wir haben ja vielleicht sogar sehen dann müsst ihr ja gar nicht extra rumlaufen ja was mache ich idiot extra hier fahren wir nur so paar wenn man das mit seelen machen können ja das lerne ich noch dazu dass ich da nicht umsonst lauf keine sorge oder auch nicht so die frage wie ging es noch mal nach quillac land vom feuerschrein aus soll es ziemlich einfach sein sind nur noch hier einen einfachen weg zum feuerschrein finden und manche denken sich vielleicht er ist einfach aber keine sorge ich kenne mich nicht aus nein kann ich auch nur noch nie kann ich auch nicht nun Drei Stück. Kauft. Waffe. Verstärken. Ähm. Verdammt. Ja, ja. Mann. Natürlich. Viel zu wenig. Das war ja klar. So, Seele. Und. Hau! Jo. Waffe. Verstärken. Komm schon, Hellebade. Das ist... Boom. Plus... Fünf. Ist sie jetzt hier nicht mehr? Hm. Okay. Ah. Ich verstehe. Oh, das ist eine große Scherbe. Hellebade plus sechs. Cool. Natürlich. Warum nicht? Ähm. Hä? Was ist passiert? göttliche Helle. Alter. Was macht die dann? Magie. Dann haben wir einen Magie-Schaden, oder wie? Aber es skaliert schlechter. Okay. Was ist das? Dann können wir ein bisschen wieder zurück machen. Und hier. Krude Hellebade. Verstehen. Da geht auch... Attribut-Bonus weg, was ich überhaupt nicht mag. Geh, dich zu töten. Ja, ja. Keine von uns wollen, dich zu sehen. Ja, ja. Ist die gleich? Okay, gut. Hm. Cool. Ist aber voll die epische... Hellebade. Pow, pow, pow. Ja, Mann! Okay, gut. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden! Warte mal. Wollen wir oben lang, oder unten lang? Unten lang, da gäb's noch einen Silver Knight. Moment, nein, 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 nein. Oben lang ist, glaub ich, besser. Da gab's ja den Aufzug, und der ging, glaub ich, auch zum... Feuer, Feuer, Feuer. So, wie so ein Feuerlein... Fei... Verdammt. Ich hab den englischen Namen vergessen. So, in dem Feuerband schreien. Ja. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Jo. Hallo. Bye-bye. Hahaha. Idioten! Hab doch nicht wirklich gedacht, dass ihr mich aufhalten könnt. Oh. Nicht dagegen laufen, bitte. Bitte sagt mir, dass das der richtige Weg ist. Bye-bye. He-he-he-he. hey ist ja die betet dann noch okay naja die ist nun ja was geht mein freunde so ich würde sie gerne es ist jetzt hier wie erst hätte ich hier gespeichert oder so warum ist es hier so halb kaputt alles bei den anderen gab es ja nicht rüstung oder moment mal auch da oben gut zu wissen nein ich wollte sich weg machen ich habe wanderer welche hätte den herr okay 318 es ist bei allen so genau wir haben jetzt verbessert wie verbessert okay gut gedingst sehr schön so dass hier war der falsche weg oder war das hier dass diesen hoch ach den kann man ja schon oder hey hallo ein künstlerin ja 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 es war der falsche weg okay war der weg zu den geistern so wollen wir noch nicht hin oder was ist der weg zu den geistern aber irgendwo hier gab es noch eine andere treppe soweit ich weiß und da sind wir ja hochgekommen oder war das hier aber dann wenn wir hinten oder nee doch vielleicht hilfe hier ist kein typ mehr da schnarcht oder weiß nicht wo man der typ darum geschnarcht hat egal vielleicht hier oder vielleicht warst du ja doch da wo ich gerade lang gegangen bin aber wir sind auf jeden fall irgendwo hier gelandet beim feuer schreien als wir hochgekommen sind von quäler also müsste es schon passen ja die musik gesehen ist so ein bisschen schön ja hallo ich bin hier richtig ich bin neu hier ich bin gerade fast runterküpft wenn mein tod gewesen so ich glaube nicht dass es der richtige weg ist ich bin ziemlich sicher dass es der falsche ist verdammt aber mit ziemlich sicher meine ich nicht 100 prozent sicher ich schaue mal nach tut mir leid vielleicht gibt es jetzt leute die vorspulen könnte ruhig machen bis ich den richtigen weg gefunden habe aber es ist halt ein blind let's play ja wo das ist der falsche weg sind die bösen geister der bösigkeit dies stinken die stinken superart und eklig blöde geister ja 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 wir sind voll cool mit unserem komischen ja so ja schon ja ich kann nicht gleichzeitig gerne meine kamera um ändern so gut aber ich weiß dass es irgendwie beim schreien ist darum kann es ja nicht zu schwer sein es zu finden vielleicht hoffentlich das ist der weg hier geht es auch irgendwo lang und da geht es auch irgendwo lang und da und da und dann geht es da noch da irgendwo lang und überall geht es irgendwo lang ich glaube ich habe das riese rausgefunden nein habe ich nicht so weiter geht muss ich den schnitt machen und einfach sagen dass ich mir kurz eine karte oder so anschaue von dem feuerwand schreien um zu wissen wo ich hin muss weil das kann so nicht sein dass ich hier nichts finde oder ich habe noch eine idee nicht da lang eine idee und da woher gekommen sind da gibt es da mehrere wege hallo was geht ihr komischen wesen hier gibt es ja auch mehrere auch das ist der aufzug und hier ist nichts nicht so dafür jetzt hier hoch geht es ist der falsche weg oder es geht schon nach oben da gab es was wand weg hallo jo falscher weg verdammt ja gut dann dann beende ich jetzt mal kurz die folge und wir sehen uns dort nicht beenden aber dann mache ich kurz die karte oder vielleicht ist es ja schon das ende von der folge was ich auf jeden fall noch kurz und wir sehen uns gleich ja wir sind zurück und ich habe was anderes gefunden aber ich weiß jetzt auch wie es zu so dings geht zu welak aber ich habe hier was anderes gefunden hier ist doch irgendwie ein ort den wir noch nicht entdeckt haben also hier bei der gräme oder weiter geht links ja ja keine ahnung friedhof hö 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 mhm item 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 ooooh okay hm die die leben hey gut ich meine oh was habe ich erwartet hm oh 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 wir halten aber viel aus hehehe so so werden die alle wieder ganz aber das sieht eigentlich halt die ziemlich viel aus normales haben wir alle tutorial gegner kaputt gemacht vielleicht wahrscheinlich müssen wir hätten wir hier am anfang noch nicht hier müssen was ist es glaube ich ganz okay schild rot weiß das sind meine fußstapfen du bist großes skelett auf damit gebe dem so hey so okay den können wir nicht backstabben aber wir machen viel schaden weg mit dir so gibt mir ein cooles item nein gar nichts einfach gar nichts lächerlich flügelspeer flügel kommt vorderpartys an also schein ich nicht so gut okay so viele wege auch nie dass jedes und fett sagt